Die Backlist. Alte Bücher neu entdeckt. Hallo und herzlich willkommen bei der Backlist, dem Podcast für zu Unrecht in Vergessenheit geratene Bücher. Ihr habt schon länger nichts mehr von mir, Tom Hillenbrand, gehört. Das liegt daran, dass ich eine kleine kreative Pause eingelegt habe. Aber jetzt bin ich gerade im Studio und produziere neue Folgen von Die Backlist. Ich habe einige interessante neue Bücher für euch ausgegraben. Und so ungefähr kurz vor der Buchmesse, also im Oktober, da geht es los. Hier mit neuen Folgen. Wenn ihr den Podcast schon abonniert habt, dann müsst ihr gar nichts weiter tun. Dann werden euch über iTunes oder Deezer oder was auch immer ihr verwendet oder Spotify die Folgen quasi reingepusht in den Feed. Ansonsten könnt ihr auch auf Soundcloud oder YouTube diesen Podcast hören. Wenn ihr mit dabei seid von Science Fiction über Liebesromane, über morbide Kinderbücher, ist alles mit dabei. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst. Und übrigens, falls ihr bis Oktober einige der alten Folgen nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Auf den ganzen genannten Kanälen oder einfach unter tomhillenbrand.de-backlist. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.